8. August 2023. Was gibt es hier bei den Pflanzen? Neues. Japanische Schirmtanne. Akalyptus. Hier haben wir Pfeilbambus und Ankelbambus. Riesen-Wartier-Felgen. Da oben haben wir noch etwas gebracht. Ah, die Plardinia. Und eine Lotto für USB-Coscarica. Oh, da oben haben wir einen Rosmarin. Offizionales. Hier haben wir eine schöne Asienlinie. Ein paar duftende andere Pflanzen. Grise. Da oben haben wir noch. Ja. Ja. Ja.